Ja, mit Emotionen umgehen oder anders umgehen als bisher, das ist oftmals eine ganz schöne Herausforderung oder eine Königsdisziplin, nämlich wie geht man anders mit Emotionen um, wie lernt man überhaupt anders mit Emotionen umzugehen oder welche Möglichkeiten gibt es überhaupt mit Emotionen umzugehen? Ja, genau darüber sprechen wir heute. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ja, mit Emotionen umgehen, da ist der Essdrang häufig genau die Möglichkeit oder die Ursache dafür. Grund dafür ist, dass du in einer bestimmten Situation entweder die Emotionen nicht wirklich spürst oder du hast einfach in diesem Moment keine anderen Bewältigungsstrategien, keine anderen Ressourcen zur Verfügung, um mit diesen Emotionen umzugehen. Und dann kommt Essdrang. Das heißt, Emotionsregulation, also neue Wege zu lernen, um Emotionen zu regulieren, ist irrsinnig wichtig. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es dir gelingen kann, einen neuen Weg zu kultivieren, zu entwickeln, um mit diesen Emotionen umzugehen. Und wir müssen jetzt zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Emotionsregulation meint nämlich nicht nur, wie reguliere ich Emotionen, also wie gehe ich damit um, sondern Emotionsregulation bedeutet auch, das ist der erste Schritt, der wichtige Schritt, Emotionen überhaupt einmal erst wahrnehmen. Emotionen einordnen. Also zu merken, boah, okay, da ist jetzt so ein richtiger Druck auf der Brust. Und dieser Druck auf der Brust, boah, das ist so eine Schwere, es schnürt mich zusammen. Ich merke so einen Druck in meinem Hals. Ja, okay, das ist Traurigkeit. Ja, also das dann auch benennen. Ich bin jetzt traurig. Das anzunehmen, dass ich jetzt traurig bin. Also nicht davon zu laufen und zu sagen, nein, nein, ich schiebe das gleich alles weg, sondern auch wirklich das anzunehmen und zu sagen, ja, ich spüre das körperlich, ich benenne das auch, ich bin traurig. Das anzunehmen, zu akzeptieren. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung für die Emotionsregulation. Also Emotionen wahrnehmen können, benennen können, einordnen zu können, auch erklären zu können, warum bin ich jetzt eigentlich traurig, ja, weil vielleicht eine Freundin mir abgesagt hat, mich, mein Partner, meine Partnerin irgendetwas Verletzendes gesagt hat oder ich mich gerade in den Spiegel geschaut habe und der Körper, den ich sehe, nicht der, ist, den ich gern hätte zum Beispiel. Oder es gibt ja Millionen andere Gründe auch, aber auch diese Emotionen erklären zu können, ja, warum habe ich die jetzt einfach zu verstehen? Das ist so der erste Schritt in der Emotionsregulation und das ist etwas, was du lernen kannst, auf jeden Fall zum Beispiel mit dem Emotionsstern, der in meinem Buch drinnen ist, in meinem Buch Food Feelings, da ist ein Emotionsstern drin, wo du lernen kannst einmal, welche Emotionen gibt es überhaupt, also sowas wie Ärger, Freude, Langweile und wo du lernen kannst, auch verschiedene Intensitäten von den Emotionen, das nennt man dann Gefühle, kennenzulernen. Also Trauer, ja, die intensive Form der Traurigkeit, aber es gibt vielleicht auch sowas wie bedrückt sein oder so. Genau. Und das ist mal der erste Schritt in der Emotionsregulation, das heißt Emotionsstern, die Emotionen wahrnehmen, aber auch Achtsamkeitsübungen, die dir dabei helfen, mal wahrzunehmen, was ist bei mir eigentlich gerade präsent. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn du dann weißt, okay, es gibt jetzt Emotionen, so spüre ich die, so benenne ich die, dann geht es ja darum, mit diesen Gefühlen umzugehen, sie zu regulieren. Und da unterscheiden wir jetzt zwei verschiedene Aspekte von der Emotionsregulation. Das eine sind Strategien, die du anwenden kannst, bevor die Emotion überhaupt da ist, also präventive Strategien quasi und das andere sind Strategien, so Ad-Hoc-Strategien, nämlich wenn die Emotion präsent ist, wie Ärger oder Traurigkeit, wie gehe ich dann mit dieser Emotion um, die da ist? Und zweitens setzt eben voraus, dass du weißt, was es für eine Emotion ist, also Ärger, Traurigkeit oder so und dass du die auch wahrnehmen kannst. Also diese zwei Arten werden unterschieden, Präventionsstrategien und Strategien in der Situation. Und ich möchte jetzt mit dir ein paar Dinge durchgehen von diesen Kategorien, die dir helfen können, eben deine Emotionen zu regulieren. Und wir beginnen mit einer Strategie, die ja eine präventive Strategie ist. Und diese Strategie nenne ich jetzt mal, wähle die Situation aus, in die du dich begibst. Das ist eine ganz wichtige Strategie, weil wenn du dich kennenlernst und lernst, auch Emotionen zu spüren, dann wirst du eventuell wahrnehmen, dass bestimmte Situationen dazu führen, dass unangenehme Emotionen auftreten. Also zum Beispiel gibt es da diese bestimmte Freundin oder diesen bestimmten Freundeskreis und jedes Mal, wenn du dich in die Situation begibst, also in diesen Freundeskreis triffst, dann tritt bei dir eben dieses Unwohlsein zum Beispiel auf. Das heißt, du lernst, also wirklich zu unterscheiden, möchte ich mich aktiv in diese Situation begeben oder möchte ich das nicht. Und manche Situationen wären zu verhindern sein und manche Situationen wären nicht zu verhindern sein. Aber es ist wichtig, dass du ganz bewusst einmal wahrnimmst, welche Situationen, welche Kontexte tun mir gut und welche tun mir überhaupt nicht gut. Und bei denen, die dir überhaupt nicht gut tun, aktiv einfach mal zu unterscheiden, möchte ich das noch, möchte ich das nicht. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du weißt, immer bei dieser Familienfeier, wenn diese eine Tante zum Beispiel dabei ist, die ständig dumme Kommentare ablässt über ihren eigenen Körper, über deinen Körper, kannst du dir ganz bewusst aussuchen, möchte ich da hingehen, wenn die da ist oder möchte ich das eben nicht mehr. Und das gibt dir Kontrolle. Das gibt dir Kontrolle, das gibt dir eine Möglichkeit zur Selbstregulation. Zu sagen, setze ich mich dem aus, wenn ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Wenn ich weiß, jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme von dieser Familienfeier, wo diese Tante da war und mich da irgendwie blöd angeredet hat, Kommentare abgelassen hat, dann komme ich nach Hause und habe einen Essanfall. Kannst du dir aussuchen, möchte ich das, ist es mir das wert? Kriege ich dann so viel Energie von der Feier, dass es mir das wert ist oder möchte ich das nicht? Aber wichtig ist, dass du beginnst, dir gezielt auszusuchen, in welche Situationen möchte ich mich begeben und welche nicht, welche tun mir gut, welche nicht. Also wähle deine Situationen aus. Ja und manchmal wirst du vielleicht in so eine Situation kommen, wo du sagst, ja die Familienfeier, da gibt es wirklich diese eine Tante und das tut mir überhaupt nicht gut. Ich habe dann jedes Mal einen Essanfall, ja. Aber ich möchte mich in die Situation begeben, weil die Familienfeier an sich, so wie Weihnachten, passt ja jetzt gut dazu, weil ich die Weihnachtsfeier mag oder weil ich da hingehen muss, weil man es halt so tut, weil man das macht, weil man zu Weihnachten zum Beispiel tatsächlich von einer Feier zur nächsten fahrt, am 23., am 24., am 25., am 26., bei den Eltern, bei den Schwiegereltern, bei den anderen Eltern, bei den einen Großeltern, bei den anderen, bei den Geschwistern. Ja, also wenn du sagst, das macht man so und ich möchte das, weil es macht mir auch Spaß, dann kommt die zweite Möglichkeit zu regulieren, nämlich verändere die Situation. Also das wäre jetzt, wenn du diese eine Tante hast bei der Weihnachtsfeier, könntest du zum Beispiel ganz klare Grenzen aufzeigen bei dieser Tante und sagen, stopp, diese Gespräche möchte ich nicht. Oder du legst dir Strategien zur Hand, die du für dich hast, um damit umzugehen, wenn es soweit ist. Also wenn du merkst, das verursacht bei dir gerade totalen Druck, totale Traurigkeit, dann hab eine Strategie parat, dass du aufstehen kannst, in einen anderen Raum gehen kannst. Dass du in einem anderen Raum mal eine Atemübung machst, um dich runterzuholen. Oder gib deinem Partner, deiner Partnerin ein Signal, dass die dich unterstützen kann. Oder du sagst, nee, ich bin ein Diskussionsmensch, ich diskutiere jetzt. Oder du diskutierst normalerweise eh ständig über diese Sachen. Dann ist vielleicht der Punkt, verändere die Situation diesmal so, dass du aufhörst, mit Menschen zu diskutieren, wo du merkst, das bringt sich nichts. Das ist eine Sache, die ich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren lernen durfte, dass es manche Situationen gibt oder Menschen gibt, mit denen ich gerne diskutiere, über das, was ich tue, über das, was ich vertrete, meine Werte. Und dann gibt es Menschen, da tue ich das nicht mehr, weil ich weiß, es tut mir einfach nicht gut. Es schadet mir sogar, weil ich nachher einfach emotional fix und fertig bin, weil ich mich selber dann in Frage stelle, was auch immer. Und weil ich gegen eine Wand laufe, weil die Person keine Einsicht hat. Also verändere die Situation so, dass es für dich passt. Such dir aus, mit wem du diskutierst. Ansonsten lerne Grenzen zum Beispiel aufzuzeigen und zu sagen, stopp. Ja, du sagst das nicht zu meinem Kind, du sagst das nicht zu meinem Partner, zu meiner Partnerin. Du sagst das nicht zu mir, ich möchte das nicht. Oder du kannst Bedienungen aufstellen für dich. Ja, zum Beispiel, ab welchem Punkt gehe ich dann? Wann ziehe ich mich zurück? Wann sage ich etwas? Oder welche Strategien nehme ich mit, um mich vorher schon zu stärken? Ja, dass du vorher so einen Schutzmantel dir vorstellst, bevor du in die Situation hineingehst. Oder du gehst da mit deinen drei Skills rein, wie Atemübungen oder so. Aber verändere die Situation so, dass du gut damit umgehen kannst. Dass es dich unterstützt mit deinen Emotionen. Ja, die nächste Strategie heißt, lenke deine Aufmerksamkeit. Das bedeutet jetzt, dass du ganz bewusst, wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, das tut mir nicht gut, die Situation tut mir nicht gut oder das, was in mir gerade abgeht, tut mir nicht gut, beginn deine Aufmerksamkeit bewusst auf andere Dinge zu lenken. Das könnte zum Beispiel sein, dass du, wenn du mit dieser Tante da am Weihnachtstisch sitzt und herumdiskutierst, dass du beginnst, deine Aufmerksamkeit weg von der Tante zu lenken, weg von dem zu lenken, was sie da redet und hin zu angenehmen Gesprächen, angenehmen Punkten, dass du wahrnimmst, wie schmeckt die Speise, dass du wahrnimmst, wie schauen dich deine anderen Verwandten an, welche schönen Fragen stellen sie dir, wie ist dein Kind, wie glücklich ist das jetzt gerade in der Situation, weil das grinst gerade über beide Ohren. Oder dass die Leute sich freuen über das Mitbringsel, das du da mitgebracht hast. Oder du lenkst die Aufmerksamkeit auf deine Atmung, du spürst deine Füße auf dem Boden. Also lenkt deine Aufmerksamkeit in einer Art und Weise, die dir hilft, dich selber zu beruhigen, dich selber zu regulieren, dich zu stabilisieren oder lenkt deine Aufmerksamkeit auf positive Aspekte. Dasselbe wäre zum Beispiel, wenn du vor dem Spiegel stehst, deinen Körper im Spiegel siehst und dir denkst, oh mein Gott, das passt nicht und das passt nicht. Dann wäre eine geeignete Strategie beispielsweise, dass dein Fokus, dass du deinen Fokus weitest und auf andere Körperteile lenkst, die du okay findest oder sogar super findest. Also beginn deine Aufmerksamkeit zu lenken. Vielleicht auch auf Skills, also diese Atemzähletechnik, Atemübungen, ja, also solche Dinge. Deine Gedanken kannst du lenken. Genau. Wir kommen zur vorletzten Strategie, nämlich bewerte neu. Bei bewerte neu ist gemeint, dass du deine Bewertung von der Situation oder so deine Sichtweise, deine Perspektive beginnst zu verändern. Also wenn die, wenn du es beim Weihnachtsessen mit der Weihnachtstante bist und die erzählt dir was über das Gewicht und wie schlimm das ist, wenn man ein hohes Gewicht hat oder wie auch immer, dann könntest du auf der einen Seite dir denken, keine Ahnung, ich bin falsch, keiner mag mich, egal was ich mache, ich werde es nie hinkriegen, ich bin ein schlechter Mensch, ich werde dem Bild nicht gerecht von meiner Tante, ich habe es noch nie hinbekommen, ich werde es, bla bla bla, wir alle kennen die Diskussion. Also du kannst in die Richtung denken, aber du kannst dir auch denken, ja, die Tante, ja, die weiß es nicht besser, die hat keine Ahnung, die hat all das Wissen nicht, das ich mir da angeeignet habe, durch das Foodfeelingsbuch oder den Foodfeelingspodcast oder durch andere Podcasts oder in der Acht zum Essen Akademie, was ich da gelernt habe, das weiß die halt alles nicht, ja, die ist halt eingeschränkt in ihrer Sichtweise und die Arme kann gar nicht anders, kann gar nicht anders damit. Also das wäre zum Beispiel eine Änderung der Bewertung, eine Änderung der Perspektive oder Sichtweise, die dir helfen kann, in der Situation nicht alles gegen dich zu bewerten, sondern, ja, einfach eine Neubewertung zu haben. Dasselbe ist, wenn du negative Selbstgespräche hast, ja, dass du beginnst, auch diese Selbstgespräche zu verändern, indem du nicht sagst, du bist schlecht oder du hast was nicht hinbekommen, sondern indem du es relativierst und siehst, Moment einmal, vorgestern, vor vorgestern, habe ich so viele tolle Fortschritte gemacht, das ist mir gut gelungen, ich habe auf mich Acht gegeben, ich habe mir eine Auszeit gegönnt, ich habe mich bewegt, ich habe mir was Gutes zum Essen gekocht, ich habe mir Zeit genommen, um was in der Akademie zu bearbeiten. Also Dinge zu relativieren, neu zu bewerten und einfach einen Perspektivenwechsel zu machen. Aber das ist natürlich nicht immer so einfach, weil wir ja dazu tendieren, in unserem Autopiloten, in unserem Fahrwasser zu schwimmen, ja, und wir bewerten dann die Dinge immer gleich, ja, nach dem Schema F, nach dem Schema Autopilot. Aber du kannst dir ganz bewusst die Frage stellen, wie würde das jemand anders sehen? Wie könnte man das noch sehen? Wie hätte die Aussage noch gemeint sein können? Ja, es gibt ja, vielleicht kennst du das Vier-Ohren-Modell. Jedes Mal, wenn eine Person was sagt, ja, sind vier mögliche Optionen, wie du das, was die Person gesagt hat, interpretieren kannst. Und sehr oft interpretieren wir die Dinge gegen uns oder so als Abwertung, aber es könnte vielleicht auch was ganz anderes gemeint sein. und Dinge nicht gegen dich zu interpretieren oder als zu interpretieren, dass du schlecht bist, dein Körper schlecht ist, dein Verhalten schlecht ist, sondern so zu interpretieren, dass die Person es vielleicht nicht besser weiß oder dass die Person nur was, keine Ahnung, eingeschränktes Wissen hat oder dir einfach was über sich sagen wollte oder wie auch immer oder einfach mal was gesagt hat und das hat gar nichts mit dir zu tun. Das kann dir helfen. Ja, und jetzt sind wir bei der letzten Möglichkeit angekommen, deine Emotionen zu regulieren und das wäre, lerne anders zu reagieren. So, lerne anders zu reagieren. Damit ist gemeint, deine Reaktion auf Emotionen, wenn sie denn da sind. Das ist so eine Strategie, die nicht präventiv ist, sondern das ist so eine Ad-Hoc-Strategie. Ja, das heißt, du kannst, du kannst mit Emotionen, wenn sie da sind, wenn sie präsent sind, unterschiedlich umgehen lernen. Das eine wäre, dass du zum Beispiel Emotionen benennst, dass du sagst, okay, ich bin traurig und ich lasse jetzt mal diese Traurigkeit da sein und ich gebe der Traurigkeit mal Raum versus ich mag nicht traurig sein, es ist eine unangenehme Emotion und ich verdränge das jetzt. Also diese Emotion Raum geben. Wenn Emotionen ganz besonders intensiv sind, könntest du dich ablenken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ganz bewusst zum Beispiel mit einer Atemtechnik, mit Yoga oder was auch immer, dich abzulenken. Also nicht verdrängen die Emotion, dass du ignorierst, dass sie da ist, sondern dass du ganz bewusst dich entscheidest, okay, ich bin traurig, aber die Traurigkeit ist gerade so intensiv und ich mache jetzt bewusst etwas anderes. Ich treffe mich jetzt bewusst mit Freunden, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Zum Beispiel sowas. Du kannst aber auch deine Emotionen ausdrücken lernen. Traurigkeit zum Beispiel. Einfach mal weinen oder aufschreiben, was dich traurig macht. Mit anderen drüber reden. Also sowas wie Journaling zum Beispiel wäre auch etwas. Ein Brief und deine Traurigkeit schreiben wäre eine andere Option. Wenn du verärgert bist, dann könntest du rausgehen. Du könntest einen Powerwalk machen. Du könntest zum Boxen gehen. Du könntest eine Bewegungseinheit machen, um die Energie rauszubringen. Du könntest auch deinen Ärger kommunizieren. Ja, du könntest auch einfach mal lernen, mit der Emotion zu sein. Egal, ob das jetzt Traurigkeit ist oder Langweile oder hibbelig sein. Könnte auch mal hilfreich sein, einfach mit diesem hibbelig sein und das da sein lassen. Ohne jetzt dem Impuls nachgehen zu müssen, sofort aufzuspringen und was zu tun. Und du wirst sehen, wenn du die Emotion mal da sein lässt und sie nicht versuchst, immer wegzuschieben, dann vergeht die Emotion auch relativ rasch wieder. Wenn es ein intensives Gefühl ist, dass es mal aufkommt, das vergeht auch wieder. Achtsamkeitsübungen sind übrigens eine ganz, ganz wertvolle Strategie, um mit Emotionen umgehen zu lernen. Also Achtsamkeits, die Basismeditation zum Beispiel, die es in der Achtsamessen-Akademie gibt. Und diese Focusing-Übungen, die es in der Akademie gibt, sind auch super toll geeignet. Die sind dann im Kapitel Selbstversorge. Und die Achtsamkeitsübungen, die ganz am Anfang kommen, gleich aus dem Achtsamkeitskapitel, der Bodyscan und so weiter. Das sind super Übungen, um Gefühle mal spüren zu lernen und zu lernen, mit Gefühlen, mit Emotionen zu sein, ohne sie verändern zu wollen. Ja, also Emotionsregulation, haben wir gesagt, ist die Fähigkeit, mal Emotionen wahrzunehmen, zu benennen, zu einordnen, sie zu erklären, aber auch mit ihnen umzugehen. Und heute haben wir fünf verschiedene Strategien besprochen. Das war rückwärts. Jetzt lerne anders zu reagieren in diesen Situationen, nämlich die Emotion mal da sein zu lassen, zum Beispiel. Bewerte neu. Dann haben wir gehabt, lenke deine Aufmerksamkeit. Dann haben wir, verändere die Situation. Und dann haben wir, wähle die Situation aus. Das sind die fünf Strategien. Und ja, in jeder Situation kannst du vielleicht eine oder mehrere sogar anwenden. Sei kreativ, probier aus, probier Verschiedenes aus. Und je besser, je mehr du ausprobierst, dass du besser lernst, du dich kennen, dass du besser weißt, was funktioniert, in welcher Situation gut. Und so kommst du dann auch gut durch solche Situationen, wie eben das Weihnachtsessen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, du hast dieses Thema Emotionsregulation so ein bisschen konkreter jetzt, handfester. Und ich wünsche dir wirklich viel Spaß beim Ausprobieren und Tun. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.